Wollt ihr mal alle unsere Shisha-Bar sehen? Bei uns in der Stadt? Ich habe selber bei mir und die Ecke eine Shisha-Bar. Ich kam gerade aus 5 Stunden Badewanne total aufgeweicht wieder raus. Geil oder ist die Scheiße? Shisha-Bar? Oh mein Gott, Max. Ich habe einen Fasety an der Facebook-Seite. Ja, 360 Grad Kamera. Ich muss gerade mal schauen, ob es meine Bande ist. Und, dieser? Fabi machen wir noch nicht klar, wenn mein Mann noch nicht gebannt ist. Dann muss man ja... Und dann habe ich wieder alle gebannt. So chill ich die Shisha-Bar, Alter. Wirklich, ich habe auch 4 Tage. Der ist verdammelt worden, das ist richtig witzig. Na ja, das ist schon ein bisschen... Der Shisha-Launch kannst du einfach sowas von chillen, Alter. Vor allem bist du auf dem Klopps-Account, Mann. Auf dem Lott-Massen-Mord. Ey, der Simon war an dem Tag da. Hehehe. Fabi, schreib mir noch mal die Daten vom Klopps-Account. Oder vom anderen. Sollte ich mir echt abspeichern. Ja! Mal so lange du kotzt mich an. Der Nächste, der die Account-Daten von meinen Smurfs nicht merken kann, hat Pech. Lock dich einfach auf dem Lott-Massen-Morder-Kanal-Account ein. Ja. Oh nein. Lock ich jetzt auch, dann kannst du dich einloggen. Fabi tut da eh nix, schaltest außer 2 Spiele. Also... ... ... ... ... ... ... Mikrofon activated. Dein Stream hat sich rot gefärbt. Oh ja, das kann es sein, weil ich... Weil ich jetzt Spiel am Laufen habe und auf dem... Ich habe aufs Pausebild geschalten. Ich habe aufs Pausebild geschalten und in dem Moment... Das Pausebild ist abgespeichert auf dem Desktop, aber ich habe es verschoben. Wenn OBS ein Bild nicht mehr findet, dann macht er es rot. Einfach weil OBS es kann. Klassiker. Mal log hier zum Smurfs, Smurfs, Smurfs. Stimmt, der hat noch diesen Knife Club Sticker. No Guts, no Glory. Aufkleber anbringen. Zunächst machen wir den Tag raus. Ja, chill mal. Noch kurz was anderes ändern. Warum habe ich eigentlich gerade in Steam keine Freunde an... Warum kann ich in Steam aber lernen? Hallo? Easy. Auch weil ich noch im Parenting-Modus bin. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Ich habe da ein Bild von guten Zeiten und schlechten Zeiten drin. Sorry. Bist du das ernsthaft? Ja. Fick dich. Guck gerade zu wer von meinen Freunden KC-Score spielt. Tatsache, Alter! Ach er häng dich, ey. Nimm du doch alles was zählt, Alter. Soll ich starten? Was ist mit meinem Kabel? Soll ich starten? Ja. Wollen wir das so gerade dann gedrankt wird? Und den ihr auch? Ich finde das richtig witzig, als wenn ich D-Ranked wurde. Wurde ich gerade bei eurem Win D-Ranked oder was? Ich? Ja. Ich wurde D-Ranked wahrscheinlich, weil ich gestern getrollt habe. Ja, gestern getrollt hat wahrscheinlich nicht. Ich will nicht D-Ranked werden. Wurde ich auch nicht jetzt geupranked werden und nicht direkt easy. Ich werde jetzt auch nicht geupranked. Ihr werdet jetzt gegen maximal MPE spielen, Alter. Wir werden auch gehen. Einfach ununterbrochen. 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 Gewinne ich Spiele, krieg nie einen Abwärtskopf. Ich weiß ich für die alte Spiele, direkt Aumding, Alter. Wer lügt, weil du lügt, weil du lügt. Also kommt vom Lügen, 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 lügen. Habe ich kurze Beine, 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 Beine. Das kam einmal. Es kam aber, das wars langsamer, Alter. Ammes ne Horto Genau STRK delighted Läuft bei mir alter bei mir läuft einfach leckt einfach CS GO Ich hab's mit dir ja gesagt du kannst die vergewaltt mach erstens den Tag raus du Kurularesong How we hype was was so ich wie sollen wir denn ändern Einfach den Tag raus Einfach den Racerab, das Tag raus Spielanstellungen Da Bist du echt komplett gay, oder? Bist du echt komplett gay? B-Baller, Alter Habe ich auf dem Account, ach du Scheiße Soll ich für einen Freund von mir spielen? Ich spiele für einen Freund von mir Oh, Mann, Alter Wie lag bei mir, das ist gerade hart öde, Alter Aber Hardcore lag das, Mann Ha, 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 ha Boom, Bitch Geht raus, das war ein Weg Aua, ich werde geblockt von dem Mülleimer Uuuuh Oha Jetzt noch nicht connectet, Alter Leute mit Low PCs Boah, Junge, geht der in mir auf den Sack, der spielt direkt endlich auf, Alter, ich f*** hier nicht aneinander Aufwärm-Fase, Mann Der spielt auch ernst, Alter Ein Fahrkack trotzdem, Mann hey kennst du das? kennst du das? kennst du das? komm mal her gehst du zur party? suchst du mich max oder was? nee ich höre keine musik nein es kann sein dass ich die musik ausschaltet habe echt? das kann sein oder kennt ihr one up? sagt euch one up was? ich glaub hörst du die musik? ich höre die nämlich nicht one up ist die größte sprayer gruppe in berlin unten? bin ich ah oh oh lol hör keine musik, warte mal kurz das ist ein low man nee ich hab kaum lost track, ich hab lost track, der geht auf eins also du hast echt die musik nicht, das ist ein low ok ich weiß wer in der ersten runde stirbt wie er gedacht hat alter easy flow 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 rasch b so erstmal geblockt rasch b würd sagen a rush rasch b fucking russian man klick hier eh instant one klick man nice guys ja planter das lief jetzt sehr gut lila ja da kommt connector connector ist einer short ich versuche nicht zu knifen man das 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 macht und einem von euch voll in den rücken gewollert nochmal weh rasch b rasch b ja ich sollte langsam echt mal ein bisschen aufpassen alter jetzt zwei short zwei short der ist zurückgegangen könnte krass sein das 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 Ich hab gerade schlechte Zeiten, man Spiel halt bis jetzt nur D-Glow, weißt du Als ersten Team Naja, ich fick dich jetzt hoffentlich wennруго-kommt Eine Runde geht komplett auf mich Leute Jetzt schon Der erste hat schon geleaft Ewhy Ei, mir fällt einen Time Out Hihihihi Meeee Weiß ich, leck ich. Die haben Connector gesmoked. Was das auch eine Strategie ist. Alter, leck ich. Du leckst. Ja. Gute Zwerge, schlechte Zwerge. Gute Zwerge, schlechte Zwerge. Zwerge, alter. Nein, er wusste es. Bin ich schon tot? Jetzt noch nicht. Okay. Komme. Wo ist der? Nee, doch nicht. Ich gleite hier hin. Oh Gott im Himmel. Unspot. Weiter A Unspot. Ja lass dich halt alleine. Ah, der, 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 die Abkürzung GZSZ ist nicht verfügbar. Oh Gott. Monster lag, alter. Vier... Alles klar. Raus. Ja. Warum ist GZSZ denn nicht verfügbar? Probier mal mit großen Fanschreibungen. Ich hab jetzt G-Z-S-S-Z. Und was ist, wenn du das zusammenschreibst? Geht nicht. Echo. Ich bin das grad'n harte Abpackung, dass ich grad'n harte Scheiß bin. Ich bin nur die größte Ficker. Der eine hat keine Farbe, schon mal auf dem Ding. Was willst du? Ich hab schon gegessen. Einer pusht gerne lang durch. Passt auf. Später. Ich kann jetzt nicht Pause machen. Ja, ich hab euch da, wie er das euren Eltern immer so erzählt. Der Gott lag, alter. Das ist so ein Scheißlacker, weißt du? Raus. Ich hab hier einer. Raus. 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 Es ist nix für dich. Raus. 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 Nein. Maiki. Raus jetzt. Raus. Latti ist nicht hier. Da. Alles raus. Nein. Äh, was? Nein. Soll ich dich haben. Na. Wieso sind wir davon? Jo. So sieht der Tag jetzt aus. Ah. Meine Fresse. Da, 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 da. Wie soll ich die nächste Runde machen können? Was? De inch들 noch mal. Du stellst halt in die Koppel. meiner Mitte. Der kommt halt von überall, man. Das ist einer Toilette drin. Der ist hard loader. Da sollte er eigentlich von mir ein Heady gefressen haben. Aber irgendwie will er dann doch keine Drum revolven. Die spe correction sind. Ey, langsam ist es ein bisschen zu real, ich hab keinen Bock mehr. Wo ist er? Hier, irgendwo da rechts. Oh man, warum leck ich? Ich hab auch, der hat Comics. So, kommt der genau da an, oder was? Was? Sag doch, wenn die nächste Runde beginnt. Beginnt, fahr bin ich mal. Braucht nie, ich hab erstmal zwei gelegt. Liegt noch eine AK, wenn einer braucht. Oh, der ist clean, steck mich mit einer Degel auf den Spot und ich zerfick. Oh lol, Jungs, das ist fast der Führers, Mann. Oh, sag doch an! Alter, kommt CT. Oh mein Gott, wo glammelst du rum? Ja, ich war grad im Steam, Alter. Ja, die haben schon defused. Außer, die hat auf B geplantet, so. Bist so ein Spaß, Alter. Egal, ich hatte eh nur nur Glock, Alter. Ich bin jetzt im Clan drin. Nicht AFK stehen, Fabi. Bin ich nicht, du Spasti. So, fick dich, Mann. Der drückt mir direkt eine Headshot rein. Ich fühl mich so gemobbt von diesem Typen, Mann. Der hat eine P90 und drückt mir damit instantan... Hab so, was von, kein Bock mehr, Mann. Der steht direkt, ja. Ich hab zwei Treffer bekommen und zwei Headshots, Mann. Das fackt so ab. Ich bleib bei der SG. Danke, du. Nichts. Bank. Und, Trash. Hallo? Was war das? Sieb... Sieben Treffer! Und du hast noch volle Keine auf deinen Kopf gezielt, Mann. Sieben Treffer! Mit der M4. Wie geht das? 70 Schaden. Wie sehen wir M4-A4? Ja, wenn du keinen Bock hast, dann... Warte, ich geb dir AK. Oder wir zu Orb. Orb. Weißt du was, was wir dann machen? Ich google dann, äh, nach den GZS-Tits-Schauspielern, dann nennen wir uns so. Oh ja! Uh! Ich kenn die ja... Ja, ihr Ding weiß doch eh... Ich kenn die ja fast alle. Klar, das ist meine Lieblingsserie. Ich mein... Wer... Ich hab grad abgedrückt! Der steht da close! Äh... Lila, willst du mal vorjumpen? Der steht direkt da an der Kante. Der Kraske ist rechts. Ich weiß nicht, dass der gelben random ist. ABP on spot. Oh ja, kriegt nen Headshot ein. Was? Yo! So, was tun wir jetzt? Komm, da kommt doch hier gleich einer, Alter. Und B, den müssen wir von denen reinmachen, Fabi. Jaja. P-Loi! Oh, kacke! Unspot! Weh! Wir haben mir direkt nen Head drückt, Alter! So! So, Kartham, du hast jetzt nen grauen Stern. Der war doch sowas von drauf, Mann! Soll ich Aim-Bot wieder anmachen? Wieder? Ich hab nen Ausschalten gehabt, jetzt. Ich dachte, das fällt n bisschen auf mit den Deagle-Headshots, die ich da verteile. Let's go! Let's go! Boah, ich hab so keinen Bock, Mann! Warum nicht? Ja, sind nur zwei Leute in dem Clan drin, dann kann man mir das ja mal erklären. Die anderen sind bloß in den Clan zu finden. Kann mal lang vorjumpen. Hau da oben! Der steht! Nice! Brauchste nicht. Hehehe. Nice toilet. Lang durch, komm wir gehen lang durch. Okay, wir gehen lang nicht durch. Wollt man die Bombe? Ich lag es so derbes. Grenade out! Geh mal kurz pissen, Alter. Wollt mal für eine Auszeit, bitte. Ach, lol. Der letzte war, äh, A. Der letzte ist A-Spot, ja. Geht B mit der Bombe. Geht mit der Bombe. Be fast. I have to pee. Be right back. Links, links, links. Genau da. Okay. Alright. Meins. Binne, ich habe eine OG für dich. Yay. Born yet please. Was, hat man sie bisher? Hä? Binne, wie viel Geld hast du gemacht? Ja, das ist der Gotten True Leg mal, Auge. warum haben wir denn einen Timer? Achso. Fabi nicht da. Leg mal. Der nix. Wisst ihr? Leute, ist deutsch. Ach du bist deutscher, wir sind alle deutsch. Ein Timeout pro Spiel, also pro Runde. Wer ist denn der Flo? Achso, rettet der gerade oder was? Oder schreibt der nun? Schreibt halt. Ich hab grad paar Leute so gemutet. Ich war grad bloß pissen. Wer bin ich? Fabi, leg mal rein in die... Ne leg mal Fabi in die AK. Ja. Jetzt muss man immer noch 10 Sekunden warten, was zum Fick. Ja, 15. Gehen wir lang? Ich geh lang und versuchte mit der AK zu rumklicken. Ja, ich lass mich. Geht's mir nicht, die Bombe. Ja, ich will eigentlich auch nicht die Bombe. Ja, ich lege. Weil ich will mit mich lang und geh mit den anderen weg. Oh, lang gesmoked. Ich bin nichts mehr, Alter. Ich weiß nicht, wo ich bin, ich bin im Smoke drin. Der ist lang durch. Der geht lang durch. Ich weiß nicht. Pass doch lang auf. Und, äh, äh, Dings unten ist einer. Alter, der ist schon bei T-Spawn. Ist gestalt bot. Einer hat C-Spawn. C-Spawn, ja. Aber Bombe, komm, Arsch, ne? Der ist einer C-Spawn, halt. Einer ist Connector. Du hast keine C-Spawn, lass dir nix. Der ist gecaged, Mann. Einer ist direkt auf der Bombe drauf. Ich weiß, der Inbox made. Nein! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Rechts, direkt. Psch, verruhig, ich weiß! Da rechts. Ich kann nix machen. Ich würd' sagen, hier geht A, oder? Okay. Ja, Rene leckt ein bisschen rum. Der ist cool. Okay. Uh! Schön. Ich würd' jetzt endlich mal in die GZS-Gruppe joinen. Bin schon drin. Aber ich muss das Dreck sein machen. Ich mach's nicht. Warum nicht? So, halt. Die Lust. Na, jetzt mit, Alter. Ja, nach der Runde. Ja. Unten, äh... Hat Orb. Geht zurück. Lange ist bis jetzt tot. Ich mein, der ist gestürmt. Aber der ist gestorben. Du kannst den Connector hochkommen. Kommt auch sehr wahrscheinlich das Connector hoch. Noch einer, oder was? Das geht einfach nur behindert. Na ne, passt das Connector. Könnte stehen. Ja. Seid ihr. Geht lang. Ja, ja. Nimm die Digga mit. Ansagen hier. Überall sind sie, weißt du. Pff, die move'n voll komisch. Hört mich voll. Hab grad'n richtiges Slow Aim. Ach, ja. Ich verdrückt jetzt gar nicht, dass wir hier gewinnen sind. Oh, nein. Man hat nicht weit geabrankt. Ja, ich denk mal, ich hab das gehört. In der Toilette ist einer. Wie ist einer Short rumsteppen? Connector ist fein. Der Typ mobbt mich sowas von, Alter. Der riecht mich richtig auf, Mann. Der geht Short. Die gehen Cut, äh, Connector. Zwei Leute. Wahrscheinlich. Diegel. Achso, du hast ihn schon getötet. Das war voll der... Okay. Ja. Onspot. Big Box. Was? Nein! Warum hast du mich beschossen? Weil ich gelaufen bin. Hätte ich dich nicht getroffen. Und? Lol, als ob da keiner ist. Nichts. 何? Rechts. Rechts. LOL Irgendwas denn befused.